Einen wunderschönen Pfingstenmontag wünsche ich euch. Der Turnierbaum steht und wir werden gleich einen Blick darauf werfen. Zunächst einmal aber herzlichen Glückwunsch an den Gewinner des User Votings Team Hamburg. Diese wurden mit einer großen Mehrheit von den Usern ins 16. Finale gewählt. Im letzten Video hatte ich auch noch mal erwähnt, dass bei den Teams etwas geändert oder ergänzt werden kann und hier gibt es nur zwei offizielle Änderungen zu vermelden. Bei der einen sind wir schon wieder bei Team Hamburg, dort kommt offiziell Captain Jenny dazu und Bonga aus Hamburg holt sich Unterstützung von JATOS oder JATOS. Kommen wir aber nun wirklich zum Turnierbaum und blicken zuerst auf die linke Hälfte des Turnierbaums. Dort haben wir das erste Battle um Mambo United aus Nordrhein-Westfalen gegen Annaporia und Tomatenmark aus Mecklenburg-Vorpommern. Battle Nummer 2 ist Dabris und Leslie aus Bayern gegen Team Sternenburg aus Sachsen. Albert der Gentleman aus Sachsen muss gegen hinterm Handschuhfach links aus dem Saarland antreten. Astawan und UKM aus Berlin haben Kontrahenten aus Brandenburg, nämlich Bauer und JF. Die Itchy-Trigger-Fingern-Niggers aus Bremen bekommen es mit Xenoka aus Bayern zu tun. Knight aus Nordrhein-Westfalen trifft auf IAS aus Baden-Württemberg. Bonga und JATOS aus Hamburg kontrahieren sich mit Phasenkind aus Hessen. Broom aus Brandenburg trifft auf Nordrhein-Westfalen aus Nordrhein-Westfalen. Das sieht bislang noch alles relativ unspektakulär aus, wobei ein paar brisante Battles und Paarungen gibt es hier schon und sicherlich erwartet uns auch wieder die ein oder andere Überraschung. Aber egal, switchen wir zur Seite nach rechts. Dort finden wir ganz oben im Turnierbaum Dr. Jesus aus Bayern gegen Inside Job aus Nordrhein-Westfalen, Amex aus Mecklenburg-Vorpommern gegen die Zwei aus Schleswig-Holstein. Kerspa aus Sachsen-Anhalt gegen Violencia Selektiva, du bist im 16. aus der Rheinland-Pfalz. Idle aus Berlin gegen die Hurensöhne aus Baden-Württemberg. Grabulo Escobar ebenfalls aus Baden-Württemberg gegen Skullface aus Hamburg. Crazy One aus Brandenburg gegen Team Hamburg aus Berlin. Smitty aus Niedersachsen gegen Herrlich aus Thüringen. Und zu guter letzten Märzen aus Hessen gegen Team Male aus Niedersachsen. Ich finde, da sind einige interessante Paarungen dabei. Viele Konstellationen versprechen auch ein spannendes Achtel- und erst recht Viertelfinale. Aber ihr könnt gerne spekulieren, wie es denn so weitergeht. Den Turnierbaum findet ihr deswegen sowohl hier in der Beschreibung und natürlich auch irgendwo als Infotafel hier wieder zum Download bereitstehend. Da könnt ihr dann selber eintragen, wie der Turnierverlauf nach eurer Meinung in etwa aussehen könnte und das Ganze dann auf Social-Media-Plattformen teilen oder ein eigenes YouTube-Video daraus machen oder so. Wie auch immer ihr lustig seid, macht was draus. Die Frist für das 16. Finale, bei dem es ja nur Hinrunden gibt, geht bis zum Mittwoch, den 21.06. um 24 Uhr. Bis dahin hätte ich gerne wieder eure Runde per WeTransfer in einer ZIP-Datei an blb-at-rappers.in. Bitte benennt eure Datei gleich mit eurem Team- bzw. Teilnehmernamen, damit ich das auch sofort zuordnen kann. Vergesst die Videobeschreibung nicht und legt daneben gerne noch einen Screenshot aus eurem Video als Thumbnail dabei, sonst suche ich wieder das Hässlichste aus und auch gerne eine Waff-Datei für Spotify und Deezer. Dankeschön, wir hören uns am Donnerstag wieder zur Vergabe der Awards für die Gruppenphase. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis bald, euer Ab.